Willkommen zurück zu einer neuen Folge Observer. So, ähm, wir wollen, genau, die Holde Maid hier befreien. Ich glaube, das war schon falsch. Ja, das war falsch. Erneut spielen. So, jetzt können wir uns die schnappen. Das Messerle. Ähm, schade. Ja gut, wir haben alles überprüft. Hier gibt es nichts mehr für uns. Dann würde ich sagen, raus hier. Aber wo? Ich ahne es. Ich ahne es. Schon wieder so ein merkwürdiges Buch. Ein Rekorder. Das ist eine Registrierkasse. Okay, da ist alles leer. Ja. Was ist denn das für ein Tattoo-Geschäft? Da ein bisschen Farbe. Und das war's. Ach, das ist ein PC. Schau mal einen an. Äh, Sonderangebote. AW-Zahlung. Ach, hier werden Tattoos gezeigt. Schön. Es sind sogar richtige Tattoos, wenn ihr mal genau hinschaut. Oh Gott. Äh. Äh. Ah, okay. Gab's hier noch was? Nee. Wir haben auch wieder das Spiel. Aufpassen. Ja. 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 Diese Menschen sind tot, tot in der Welt. Seine Körper sind immer noch um ihre kleine Hausaufgaben, aber ihre Minden sind lange weg. Okay. Ja moin, die nächste Tote. We have a third victim, time of death, about an hour ago, starting forensic analysis. Syncrazine. Syncrazine collected. Und die Leiche kümmern wir uns gleich. Was ist das? Tastatur. Oh, okay. Wow. Consider the seed from which you sprang. You were not made to live like brutes, but to pursue virtue and knowledge. We are all, as humans, prone to justify our behavior. To not admit our wrongdoings and insist that we are in the right. I'm surely simply to investigate my so-called crime. Irgendwas mit einer Eins? Gibt es hier irgendwas mit einer Eins? Ja, ich weiß, ich nehme schon zu lange auf. Ja, ich nehme schon zu lange auf... 2016! 2016! Nein! Nein! Ah! Sehr gut! Das müsste so eine Uhr sein wieder! Ja! 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 Was ist das? Was ist das? Was ist das? Wow! Egal! Los, verbinde dich! Ich glaube, die sah schon mal hübscher aus. Was ist das? Das besser wäre wert. Ja gut! Gut! Okay! Willkommen froh Nowak! Ja gut! Ja gut! Geil! Möchtest du ohne Furcht leben? Leute, man kann doch mit Ja antworten! Was ist das für eine Scheiße? Nein! Hä? Was ist das für eine Scheiße? 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 Ja antworten! Lol! Das ist ein interessantes Spiel! Was ist das für eine Scheiße? Ja! 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 Ja, ich wird kein Irgendwo mehr nehmen. Jörg! Wow! Ich bin bei Chiron. angestellt so geht es hier hin kann man den bouncen lassen der bauzt von alleine hallo 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 das kennen wir doch schon was ist hier falsch ok was ist das arschloch meine fresse und jetzt hallo hallo was ist das alles was ist das was ist Amir, erinnerst du die Nacht, die wir uns treffen? Hä? Was ist hier los? Äh, okay. Boah, leckt nicht am Hinterhand. Oh, raus hier, schnell. Folge geht eh schon zu lang. Hey Baby, I'm home. Geht's nicht raus? Geht's? Boah, raus hier. Ich hasse diese Waschmaschinen. Boah! Okay, es hat gerade gespeichert. Äh, ich hoffe wir sehen uns zur nächsten Folge. Bis dann, bleib entspannt. Genießt den Tag und bye bye. 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 Bye.